So, hallo Leute und willkommen bei einem neuen Video vom Ultrapdater. Heute gibt es, wie ihr es schwer erkennen konntet, am Titel das 100 Abonnenten Gewinnspiel. Hier sehen wir es nochmal, ich bin auf meinem Kanal drauf und wir sehen hier, ich habe die 100 Abonnenten geknackt. Im Moment habe ich 101 und jetzt gibt es heute mal ein viel größeres Gewinnspiel als beim letzten Mal. Und ja, also hier seht ihr es, ich habe die 101 Abonnenten geknackt. Und dann wollte ich nochmal fragen, da wir schon auf meinem Kanal sind, wie ihr mein neues Kanaldesign findet. Also ich bin jetzt gerade am Mac und deswegen muss ich jetzt mal rauszoomen. So sieht das aus. Also hier haben wir Ultrapdater stehen auf der linken Seite und hier Apple & More. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ja, hier haben wir im Hintergrund nochmal ein iPhone. Das finde ich auch sehr geil aussieht. Und ja, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr es so findet. Und kommen wir dann einfach mal, schau mal dazu, was es zu gewinnen gibt. Dazu gehen wir mal in dieses Tab. Und zwar gibt es als allererstes eine iPhone 5 Tasche von Kawaii. Sie heißt Miami. Und so sieht das Ganze aus. Das ist ein Sleeve oder eine Tasche, wie auch immer man das nennt. Und wie wir sehen, haben wir hier einen Schlitz für SIM-Karte, äh, für nicht SIM-Karte, also für Kreditkarten und Geld oder sonst was. Und so sieht das Ganze aus. Könnt ihr auch mal vorbeikommen. Alle Links zu den Produkten findet ihr in der Beschreibung. Und auch nochmal die Teilnehmerbedingungen. Und das ist das allererste. Als zweites gibt es eine Case von Adopted. Die ist ebenfalls für das iPhone 5. Und sieht so aus. Das ist, ähm, die schwarze Version. Ich habe leider nur die schwarze zur Verfügung. Also geht das nicht. Was ich vergessen habe hier zu sagen, das Ganze gibt es in schwarz oder in Cognac. Also müsst ihr dann auch extra nochmal sagen, was ihr wollt. Schwarz oder Cognac. Und so sieht das Ganze aus. Und ja. Hier haben wir diese Case. Habe ich euch gerade eben schon gesagt. Wie ihr seht, kostet das hier 35 Dollar ungefähr. Und die Miami-Tasche kostet 25 Euro. Also ist das schon eine Menge Geld. Die, dass ich hier verlosen werde. Und als nächstes gibt es, ähm, 5 Promo-Codes von dieser App hier. Von diesem Spiel. Das Spiel ist sehr cool. Das habe ich auch selber schon ausprobiert. Es wird vielleicht in der nächsten Zeit ein App-Review dazu geben. Ähm, ja. Die App kostet normalerweise 89 Cent fürs iPhone. Und dazu habe ich 5 Stück zur Verfügung. Und da ja auch einige von euch ein iPad haben, habe ich nochmal 5 Promo-Codes für die HD-Version. Und ja. Es funktioniert eigentlich alles gleich. Also da gibt es keinen Unterschied zwischen HD und iPhone-Version. Außer, dass die HD-Version für das iPad angepasst ist. Und als allerletztes gibt es ein Promo-Code für diese App hier. Dazu habe ich mal einen kurzen Sneak-Peak gemacht in meinem Top 5 Apps im Januar. Da solltet ihr mal vorbeischauen. Da habe ich eine kurze App-Review dazu gemacht. Und die kostet normalerweise 89 Cent. Ich habe gerade die Dollar-Version hier. Aber die kostet 89 Cent. Und dazu habe ich eben auch einen Promo-Code. Und ja. Kommen wir zu den Voraussetzungen. Das wird ein bisschen komplizierter als beim ersten Mal. Und dann kommen wir zur ersten Voraussetzung. Ihr müsst natürlich Abonnent sein. Also ihr müsst auf diesen Button drücken, abonnieren. Und ja. Dann wollte ich nochmal sagen, wenn euch Giveaways gefallen. Oder speziell dieses hier. Daumen nach oben. Und jetzt komme ich zu dem komplizierteren Teil. Also ich werde ab Montag jede zwei Tage ein Video machen. Also jeden zweiten Tag ab Montag. Was ich auch sonst schon mache. Und dort werde ich bei Minute, also bei einer Minute und 15 Sekunden, einen Buchstaben für fünf Sekunden einblenden. Und die Buchstaben von diesen fünf Videos müsst ihr zusammensetzen. Und das wird dann ein Wort ergeben. Das ihr dann als Antwort unter dieses Video posten müsst. Und natürlich auch, was ihr dazu gewinnen wollt. Also zum Beispiel, ihr schreibt hin, Antwort ist und dann Doppelpunkt. Und dann schreibt ihr das Lösungswort hin. Und dann Bindestrich, Leerzeichen, was ihr gewinnen möchtet. Und ich werde dann am 1. Februar das Ganze auslosen. Und noch als ein kleines Bonus, was ihr machen könnt, ist, wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann kommt ihr zweimal in die Lostrommel. Ja, also ihr müsst nur eine Nachricht auf Twitter schicken, wo ihr dann euren Kanalnamen sagt. Und dann kommt ihr zweimal in die Lostrommel, beziehungsweise in die App rein, wo ich das auslosen werde. Und wie gesagt, ich werde das Ganze am 1. Februar auslosen. Und falls ihr es nicht wisst, ich heiße auf Twitter Ultraupdater. Ich weiß, das Ganze war ein bisschen kompliziert, aber ich schreibe euch das Ganze nochmal in die Beschreibung, damit das ein bisschen verständlicher ist. Ich kann es ja nochmal wiederholen. Jeden zweiten Tag wird es ab Montag ein Video geben. Und bei jedem Video wird es bei 1 Minute und 15 Sekunden ein Buchstabe für 5 Sekunden lang eingeblendet. Und alle 5 Buchstaben der 5 Videos ergeben dann ein Wort. Und das gebt ihr dann als Antwort unter dieses Video. Und natürlich, was ihr gewinnen möchtet. Ja, das war es auch schon von meinem Gewinnspiel. Ich wollte einfach nur nochmal Danke sagen für 100 Abonnenten. Und sagt mir mal, wie ihr findet, dass ich so viele Sachen verlose. Also es sind jetzt 2 Cases und 11 Promo-Codes für 3 Apps. Und ja, schreibt es mir einfach mal in die Beschreibung, wie ihr das so findet. Und nochmals Danke für die 100 Abonnenten. Macht weiter so. Wenn ich dann irgendwann mal die 500 Abonnenten habe, gibt es ein viel größeres. Also freut euch weiterhin fleißig abonnieren. Und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. large. Vielen Dank.